Das Lagergelände kann man bestimmt sehen und vor allem fotografieren, so mit langen Linsen. Es ist nicht immer so einfach, das zu finden. Man müsste mal schauen, ob da in der Gegend irgendwelche Landschaften gibt oder Gebirge oder Seen, die es ein bisschen einfacher machen, sind auch genau zu finden. Das ist ein bisschen auf der Programmierung des Flughafen, des Fahrradteigungen. Das kann alle drei, vier Monate sein. Über! Ich weiß nicht, für jetzt bin ich auf diese schöne Missione, und dann sehen wir, ob es eine andere Möglichkeit wird. Wir müssen natürlich auch denken, dass wir neue Astronauter und neue Astronauter und auch sie müssen ihre Möglichkeit haben, in den Spazien. Over. So we prepare our meals, depending on the type of food, either just by reheating them, so they are a little bit like camping food, they're ready to eat and we just put them in a little electric oven and we reheat them, or sometimes they come in dehydrated form and so we have to add back water and just let it sit for a few minutes so it becomes normal food again. Over. Also wir sind alle ausgebildet, um bei einem Notfall die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Also gerade Herz-Lungen-Massage, wenn es wirklich schlimm ist. Aber wenn es jetzt darum geht, dass jemand krank ist oder dass jemand wirklich Hilfe braucht, so eine Hilfe, die man hier jetzt nicht gewährleisten kann, dann müsste man natürlich daran denken, wieder auf die Erde zu kommen. Aber ansonsten, so für kleine medizinische Bedürfnisse haben wir alle möglichen Medikamenten hier an Bord. Over. Over. Yahillian-Massage, Jaimisch. Woah. O. Azk. Hallo. Oh yeah there are lots of sensations, und a lot of different, which depends on both the day possible, e what we see, and sometimes the feeling of beautiful, the feeling of beauty, it's a very beautiful spectacle. Yeah also there are some really beautiful spectacles, Es gibt auch die Philosophie, wie sicherlich die Unität, die Spatiales und die Partie sind die gleiche équipe, und wir haben die gleiche Planeten. Die Spatiales sind nicht immer sehr komisch. Sime sono degli strumenti di emergenza, sono degli strumenti che ti permettono di sopravvivere se dentro al tuo veicolo spaziale c'è un'emergenza per la quale non c'è più aria respirabile e quindi queste tute spaziali che usiamo durante il lancio, durante il rientro sono collegate all'ossigeno di bordo e ti permettono di rimanere in vita. Es ist immer ein Wettbewerb zwischen dem Wettbewerb und dem Wettbewerb. Die sind auf jeden Fall immer redundant, entweder hat man zum Beispiel zwei Pumpen oder zwei Ventilatoren oder so oder die Funktion, die Lebenserhaltungsfunktion kann von anderen Komponenten übernommen werden, zumindest kurzfristig, also lang genug, dass man zurück zur Schleuse kommen kann und wieder rein in die Raumstation. Nein, nicht überhaupt. Wir essen wie auf der Erde, wir wissen, dass eine Unterschiede ist. Also, wir haben die Wettbewerb, die anidride carbonische Wettbewerb, die auf der Erde machen. Hier haben wir die Wettbewerb, die anidride carbonische Wettbewerb aus dem Wasser. Das ist jetzt schon wieder. Wir nehmen wir die Wettbewerb, die in der Fanne in der Erde, wo wir eine Bolle von der Boden und sich rilaschen, was wir durch die Wettbewerb in der Heather. Wir müssen wir diese Wettbewerb, die Z combustion werden sicherlich in der Hälften und der Hälfte. Die Region wird in die Kabine immessen. Over. Oh, es gibt viele cool Dinge. Die Landschafts sind fantastisch. Alle sind immer über die Karriben, aber auch über die Katalonien. Ich liebe es viel. Ich liebe es die Thunderstorms, oder nur die City Lights. Es ist besonders in Europa, das ist so brillant, es ist so densely populated. Ich liebe es, ich liebe es. Und das steht mit dem Kurprär. Es ist so relativ, und der Skull ist vor allem, das ist so relativ, die Radian zu führen. Wir sind die Aufbären. Wir sind in den Skull. Und wir sind in der Skullnuss. ...zu ... ...zu dem Ort, aber ... ...dessen zu sein und rauszugucken, ob es das ist, wenn es passiert, und manchmal wollen wir uns zusammen filmen. Over. ... und ein System, das die Urine recycelt, um zu recuperieren ... und ein System, mit dem Ort, mit dem Ort, mit dem Ort. ... 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 I don't know exactly, but I think they are suggesting that it should be 26 kW per array, per solar array in full sunlight, so you know that the space station has, let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I believe, arrays, and so you can do the math, over. I'll see if it's a bus station. It's a bus station. I'll see if it's a bus station.